Also mir gefällt die Sache einfach nicht. Willkommen in der Zuflucht. Lady Shula erwartet euch in der Vitanhalle. Die Armen sind ja richtig kreidebleich. Geht es ihnen nicht gut? Aber nein, Mutter! Na, was haltet ihr von unserer kleinen Zuflucht mitten im Wald? Verglichen mit den Städten im Süden mögen wir hier vielleicht auf einige Annehmlichkeiten verzichten müssen. Aber es ist unser Zuhause. Und das ist doch was wirklich zählt. Es kann nicht einfach gewesen sein, das Dorf so lange geheim zu halten. Ganz und gar nicht einfach. Unsere größte Sorge ist es, den Schimmer aufrecht zu erhalten, der uns vor dem Rest der Welt verbirgt. Uns und Valleas. Valleas? Ist das Leviathans Dominus? Richtig. Eine große Last für einen kleinen Säugling. Er ist noch ein Kind? Aber du sagtest doch, dass der Dominus und seine Esper vor fast einem Jahrhundert in der Woge eingeschlossen wurden. Also müsste er sogar noch älter sein, oder nicht? Eigentlich schon, wenn er gealtert wäre wie jeder andere. Aber nicht einmal das ist ihm noch vergönnt. Ich fürchte, ich verstehe nicht. Valleas ist der Sohn meines Urgroßvaters. Fast sofort nach seiner Geburt ist Leviathan in ihm erwacht. Aber anstatt ihm ein einigermaßen normales Leben als Teil der Gemeinschaft zu ermöglichen, wollten meine Vorfahren seine Macht für ihre eigenen Zwecke nutzen. Doch zu ihrem Unglück hat die Esper in Valleas die Niedertracht in ihren Herzen gespürt. Leviathan beschwor eine gewaltige Welle herauf, die das ganze Dorf verschlungen hätte. Wenn meine Ahnen ihn nicht aufgehalten hätten. Also ist es nicht die Woge, welche das Kind gefangen hält, nicht wahr? Es ist die Zeit selbst. So ist es. Entschuldige aber, ich begreife es immer noch nicht. Verständlich. Das alles ist nicht gerade leicht zu erklären. Vielleicht sollte ich euch einfach zur Woge bringen, damit ihr selbst seht, was Valleas erdulden muss. Dafür sind wir ja gekommen. Dann lasst uns gehen. Wir nehmen den Weg, der vom Dorf aus nach Norden führt. Über den gelangen wir direkt in die Woge hinein. Um zu gehen. Dein Halter Da ist eine Woche lang, weil wir nicht so weit wegkommen. In der Mitte ist das alles. Und die Woche lang, wo wir uns an den Weg bekommen. Das ist ein Schild. Ich bin glücklich. Aber nicht. Das war das, was ich mir lacht. Das war das, was ich mir lacht. Das war das, was ich mir lacht. sollen dann dürfte ich niemand probleme bereiten aber bitte nimmt trotzdem dieses symbol meines volkes an dich vielen dank ich freue mich schon darauf die familie kennenzulernen das beruht auf gegenseitigkeit solltet ihr fragen bezüglich unseres dorfes haben und lady schula verhindert sein dann wendet euch bitte jederzeit an mich ich werde euch helfen wo ich nur kann danke das werden wir dann auf gute gezeiten auf der anderen seite der brücke findet ihr unser vorratslager wenn ihr irgendetwas braucht werdet ihr dort vielleicht fündig allerdings können wir du du bist doch sit oder der mann von dem schula gesprochen hat könnte ich dich vielleicht um hilfe bitten bei was denn genau bei nichts allzu schwierigem kennst du meinen mann parvat er ist der dorf schmied und unter anderem also bald ist sein namenstag und deshalb wollte ich ihm ein geschenk machen er ist handwerker musst du wissen und gerade beklagt er sich darüber dass er kaum noch blumen für seine färbemittel hat also habe ich mich gefragt ob du nicht für mich welche bei den blumenpflückern holen und zu ihm bringen könnte ist sollte dieses geschenk nicht besser von dir kommen vielleicht aber das geht nicht aus gründen über die ich jetzt nicht sprechen kann auch bitte ich weiß es hört sich albern an aber ich wäre dir so dankbar Na gut was für blumen braucht dein mann denn genau die süßen kleinen blauen die am fluss wachsen ahnensegen heißen sie wir färben unsere stoffe mit ihnen um uns dem wasser nahe zu fühlen genau wie sie es sind und keine sorge du musst sie nicht selbst sammeln geh einfach zu unseren blumenpflückern und bitte sie dir etwas von ihrer ernte abzugeben zwei körbe sollten meinem mann für eine weile reichen zwei körbe wird erledigt entschuldige könntest du möglicherweise einen korb voll ahnensegen entbehren pavats frau hat mir aufgetragen welchen zu besorgen für ihren mann sie meinte dass ich mich an dich wenden soll ah würde er will dass du ihre bessere hälfte mit den früchten unserer arbeit segne ist ja nimm sie ruhig vielleicht lässt sich der alte miesepeter damit zähmen wie meinst du das ach ignorier mich einfach pavat ist zwar ein sturkopf aber nicht dumm wenn du geschenke mitbringst wird er sich schon zu benehmen wissen das hört man doch gern danke willkommen der zuflucht mein freund danke bitte entschuldige meine dreistigkeit aber die frau des schmieds hat mich gebeten ihrem mann etwas ahnensegen zum geschenk zu machen zwei körbe voll um genau zu sein also ich hätte hier einen falls dir das weiterhilft das tut es vielen dank sie sind wirklich schön nicht wahr aber das ist nicht der einzige grund warum sie uns kindern des wassers so viel bedeuten die legende besagt dass der damalige anführer einige samen des ahnsegens aus aschra mitgenommen hat als unsere vorfahren ihre alte heimat dort aufgeben mussten und wo immer unser volk auf der suche nach wasser halt gemacht hat soll er einige der samen gepflanzt haben jeder anführer nach ihm hat diese tradition aufrecht erhalten so haben die blumen schließlich auch hier in missidia wurzeln geschlagen genau wie wir was willst du deine frau hat mich gebeten wir bitten dir diese blumen zu bringen unglaublich diese frau na los zeig dich ich weiß dass du hier irgendwo bist wäre einer von euch beiden so freundlich mir zu sagen was hier vor sich geht bitte entschuldige es war nicht meine absicht dich an der nase herum zu führen es ist nur also mein mann kann manchmal ziemlich schroff sein und ich dachte das wäre eine gute gelegenheit für euch einander ein bisschen näher kennen zu lernen schließlich bist du ein schwerkämpfer und er der einzige schmied hier im dorf es wäre doch schade wenn du ihn nicht um hilfe bitten könntest er konnte mich bis jetzt nur nicht um hilfe bitten weil ich so viel mit den ganzen anderen aufträgen zu tun hatte die ja alle unbedingt sofort erledigt werden mussten aber mit denen bin ich jetzt fast fertig den gezeiten sei dank schula hat gesagt wir sollen euch fremdlingen helfen und genau das werde ich tun auch ohne diese kleinen spielchen meiner frau für die ich mich übrigens entschuldigen möchte also wenn du irgendwas brauchst bring mir einfach das nötige material alles klar alles klar alles klar und danke für die blumen ich hatte fast keine mehr da wie ich höre benutzt ihr sie zum färben genau die zerstampften blätter ergeben ein schönes blau das nicht leicht verblasst wir färben damit den stoff für unsere kleider und banner um uns an unsere herkunft zu erinnern Daran dass ihr alle kinder des wassers seit die kinder der see Richtig das muster wurde uns auch von unseren vorfahren überliefert Wir nennen es das rastlose rinnsaal Es symbolisiert den strom unseres stammes und die stärke von leviathan die in ihm fließt Und wie sehr sich dieser strom auch gewandelt oder seinen lauf verändert haben mag Die blumen waren immer bei uns und säumten unsere ufer Ich sollte zurück an die arbeit wie gesagt wenn du irgendwas aus der schmiede brauchst sag bescheid Das werde ich es war schön dich kennenzulernen Ich wusste es ja Ich traur dich! Ich spierze auf die schmiede! Steig! Beide! Neist zu dürfen wir nicht! Auf die schmiede! Geier! Ich lebe! Ich lebe! Ich lebe! Ich lebe! Meine Klingen sind auch nicht schlechter als andere, würd' ich sagen. Dann auf gute Gezeiten. Wo zum blauen Himmel ist dieses Mädchen? Der werd' ich was erzählen, wenn sie zurück ist. Entschuldige, ich war gerade ganz weit weg. Wie kann ich dir helfen? Wenn du irgendwas aus dem Lagerhaus brauchst, solltest du aber besser meine Frau fragen. Bezahlen müsstest du die Sachen allerdings. Wir wollen dich nicht ausnehmen, aber du weißt schon, man muss ja über die Runden kommen. Ich verstehe. Ach so, und es könnte noch eine Weile dauern, bis sie dir behilflich sein kann. Warum das? Sie hat gerade alle Hände voll damit zu tun, im Lagerhaus Bestandsaufnahme zu machen. Eigentlich wäre das die Aufgabe meiner Tochter, aber der kleine Strolch ist mal wieder irgendwo hin verschwunden. Weiß der Himmel, was sie gerade anstellt. Soll ich vielleicht Ausschau nach ihr halten? Oh, nicht doch. Einen Fremdling könnte ich nie um so etwas bitten. Oder würde es dir wirklich nichts ausmachen? Natürlich nicht. Weit kann sie ja nicht sein, oder? Hoffentlich. Aber ich habe schon das ganze Dorf abgesucht und keine Spur von ihr gefunden. Wahrscheinlich hat sie sich mal wieder in eins ihrer kleinen Abenteuer gestürzt. Sie ist ein ziemlicher Wildfang, was? Das kannst du laut sagen. Sie kann keinen Moment stillsitzen. Vor allem, seit sie weiß, dass wir Besuch von euch bekommen. Fremdlinge. Als sie das gehört hat, haben ihre Augen angefangen zu leuchten vor lauter Aufregung. Vielleicht wollte sie bei eurer Ankunft einen Blick auf euch erhaschen und ist zum unteren Tor gegangen, durch das ihr reingekommen seid. Würdest du den Wächter fragen, ob er sie zufällig gesehen hat? Ruka heißt sie übrigens. Wird erledigt. Falls ich sie finde, sage ich dir Bescheid. Mach dir nicht zu viele Sorgen. Meine Vorfahren. Entschuldige. Du hast nicht zufällig die Tochter des Lagerverwalters gesehen, oder? Die kleine Ruka. Habe ich zufällig doch. Sie ist vorhin hier durch das Tor raus. Raus aus dem Dorf? Ganz allein? Ja, das macht sie ständig. Es gibt einen kleinen Pfad, der links runter zum Fluss führt. Ein echt schönes Plätzchen ist das. Und sicher noch dazu. Die Bestien aus den Bergen wagen sich nicht zu nah ans Dorf heran. Da wird sie sein. Geh ruhig und sie selbst nach, wenn du mir nicht glaubst. Das werde ich. Das muss der Pfad sein. Hier sind sie auch nicht. Du wirst's. Ich hab dich überall gesucht. Du musst Ruka sein. Du kennst meinen Namen. Kannst du etwa Gedanken lesen? Dein Vater hat mich gebeten, nach dir zu suchen. Du hast ihm nicht verraten, wo du hin willst. Er hat sich Sorgen gemacht. Aber ich hab dich gesucht. Jetzt hast du mich ja gefunden. Wie wäre es, wenn wir zusammen zum Dorf zurückgehen und deinem Vater Bescheid sagen? Ja gut. Auf dem Weg nach Hause kannst du mir dann von der Welt hinter dem Wall erzählen. Ich will alles wissen. Für alles wird die Zeit wohl nicht reichen. Danke, dass du sie nach Hause gebracht hast. Und entschuldige die Umstände. Ach, im Gegenteil. Wir haben uns gut unterhalten. Papa, wusstest du, dass es in der Außenwelt Dörfer gibt, die zehnmal so groß sind wie die Zuflucht? Zehnmal! Städte nennt man die. Und in diesen Städten gibt es riesige Mauern und Türme und Festungen. Wirklich? Warum hab ich mir überhaupt Sorgen um dich gemacht? Über die Außenwelt kannst du mir nachher erzählen, ja? Geh und hilf deiner Mutter im Lager. Schon gut. Danke, dass du ihre Fragen so geduldig beantwortet hast. Sie hat eine Menge davon. Eine der drängendsten war, wie die Menschen außerhalb des Walls denn so sind. Ich glaube, du hast ihr einen sehr guten ersten Eindruck verschafft. Hat sie außer uns noch nie welche getroffen? Nein, ihr seid die Ersten. Der Rest der Welt darf nichts von uns wissen. Deswegen müssen wir aufpassen, wen wir rein- und rauslassen. Ein paar von uns besorgen hin und wieder Vorräte von außerhalb. Aber größtenteils begnügen wir uns mit dem, was wir hier bekommen. Und was uns die Einheimischen vor langer Zeit hinterlassen haben. Ja, mir ist aufgefallen, dass ihr eure Häuser auf alten Fundamenten gebaut habt. Und sehr gute Fundamente sind das. Die Maurer damals hatten Ahnung von ihrem Handwerk. Um die müssen wir uns also keine Sorgen machen. Nur alles andere ist ein Problem. Arzneien, Metall für Werkzeuge und sowas. Für all diese Dinge müssen wir uns als reisende Händler verkleiden und in die Außenwelt wagen. Und dabei zu jeder Wolke im Himmel beten, dass wir nicht auffliegen. Ach, deswegen braucht ihr also Geld. Genau. Und jetzt, wo Ruka zurück ist, sollte meine Frau auch Zeit haben, dir bei deinen Einkäufen zu helfen. Also bedien dich ruhig an unseren Vorräten. Im Gegenzug sind wir dann so frei, uns an deinen Gil zu bedienen. Ich habe eine Ahnung, dass mir das Geld hier etwas lockerer sitzen wird als sonst. Was denkst du, sieht Schula nur in diesen Fremden? Wie lange steht diese Brücke wohl schon hier? Du hast doch früher in der Außenwelt geahnt. Die verdammten Kürz. Gleich kommen wir an zwei Schiffen vorbei. Schiffen? Aber wir sind doch nicht einmal in der Nähe der Küste. Wir folgen dem Pfad nach Osten, am zweiten Schiff vorbei. So kommen wir am schnellsten zur Woge. Schula, wie sind diese Schiffe überhaupt hierher gekommen? Was glaubst du, was passiert, wenn die Ästler des Wassers hüttend wird? Hast du das überhaupt fragen musstest? Was glaubst du, was passiert, wenn die Ästler des Wassers hüttend wird? Alles außer scharfen Nisan, Schatz. Alles außer scharfen Nisan, Schatz. Alles außer scharfen Nisan. Stab, daim da. Pass! Stab, daim da. Schnapp, daim! Getrun! Schnapp, daim! Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Das war's für heute. Das war's für heute. Wir folgen der Küste nach Norden. Dort gibt es eine Brücke, die zum Kap führt. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.